Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Let's Play Minecraft Video. Ich habe mir jetzt eine Zeit lang keine Let's Play Minecraft Videos mehr gemacht. Aber jetzt mache ich eben wieder welche. Nein, du lärst es nicht. Angebrochen. Ja. Es werden jetzt wieder mehr Let's Play Minecraft Videos rauskommen. Und so ist dann, bekomme ich ein neues Spiel. Das ist dann so mit Racing und so. Auch voll geil. Davon mache ich dann wahrscheinlich auch Let's Play. Ja. Jetzt spielen wir einfach mal hier weiter. Ich habe da nämlich mal eine Welt gemacht. Ja. Die Survival. Ich mache es mal friedlich. Und dann machen wir da einfach mal weiter. Ich habe da einen Haus gebaut. Ja. Muss ich die Kamera mal anders einstellen. Aber da, sorry. Und ich habe mir so eine Art Hafen, wie ihr sehen könnt, gebaut. Also das soll zumindest nicht so sein. Dann kann ich da nämlich Boote reinlegen, ohne dass sie wegschwimmen würden. Hier zum Beispiel. Da schwimmt einer dagegen. Oh, ein Schwein in meinem Haus. Oh, ein Schwein in meinem Haus. What the fuck? Was soll denn das? Oh Mann, ich hasse diese Türen. So. Ja, ich habe hier ein relativ großes Haus. Zwei Betten. Da hinten habe ich so eine Art. Ja. Oh ne, draußen küsst ich schon wieder. Echt scheiße. So. Jetzt lege ich jetzt gleich mal wieder in meine Truhe. Ja, ich habe Gold und Dias gefunden. Und Eisen. Wie ihr sehen könnt, hier. Goldbarren und Eisenbarren. Ich habe auch noch Dias gefunden. Wo sind die? Meine Dias sind weg. Ah nein, da sind sie ja. Ah, da sind meine Dias. Und davon habe ich mir dann halt gleich mal ein Vorrat von Schwertern gemacht. Ja. Da hatte ich noch ein bisschen Holz übrig. Und dann habe ich davon ein bisschen Truhen gemacht. Hat noch vier und so richtig Truhen übrig. Nehmen wir mal mit. Vielleicht kann ich dann die Truhe nochmal dabei fahren. So wie ich denke. Okay. Äh. Wie du? Oh. Geh weg. Mal schauen, ob das jetzt aus allerlei Leben geht. Nein, ich muss nicht. Oh Mann. Ja, ja, egal. Oh, ein Loch. Ja. Bis auf Nacht. Ja. Ah, gehen wir mal schauen. Ach Mann. Nein, mein Bett. So, Bett steht wieder. Ich habe ehrlich gesagt, keine Ahnung, was ich hier jetzt noch machen soll. Ob ich nochmal nach hier schoomen soll. Oder so. Keine Ahnung. Schreibt mir einfach in die Kommentare, was ich hier noch gut fände, was ich noch machen könnte. Was das? What's that? What's that? Huh? Schau. 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 Na ja. Also denn... Reiparieren und Brennen. Ja, funktioniert nicht. Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Oh, geh ich raus. Ach, komm. Jetzt aber. Mumus, wo seid ihr? Oh, im Schlaf. Blöde, Schlaf. Was soll ich machen? Ich brauche mal wieder Holz ab. So, ja, schreibt doch mal in die Kommentare, ob ich wieder Let's Play FIFA 15 machen soll. Oder ob ich jetzt weiter mehr Minecraft Videos machen soll, mehr Need for Speed Videos, wenn ihr es überhaupt kennt. Ich mache da auch noch eins im Anschluss von dieser Folge. Oder ob ich wieder Clash of Clans Videos machen kann. Oder kann ich alles nehmen soll. Ihr könnt ja Spiele sein, die ihr auf dem Handy habt. Geht alles auch. Kann ich auch Let's Play jetzt machen. Einfach in die Kommis schreiben, was ihr geil finden würdet. Und dann gucke ich, ob sie es einrichten lässt. Ja. Ja. Schöne, jetzt habe ich mein Haus verloren. Nein. Oh, scheiße. Ich habe keine Karte dabei. Wo ist das Haus hin? Alter, du. Wo ist mein Haus hin? Mein Haus. Mein Haus ist weg. Ich werde dann mal auf dem Board gucken, ob ich heute aussehen kann. Ey. Spacko, ich bin da hoch. Ach du Spacko. Scheiße. Nein. Ach Mann. Das ist jetzt scheiße. I can't find my house. I can't find my house. I can't find my house. Und wir machen eine kleine Pause. So. Und das sind wir wieder. Ich finde mein Haus immer noch nicht. Das ist jetzt echt scheiße. Deshalb kletter ich jetzt auf den Baum. Wo ist mein Haus? Soll es mein Prüscher sein oder was? Und das ist alles. Ah, da drüben! Ich hab's wieder gefunden! Da drüben, da drüben! 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 in die Kommis, welche Videos ihr gerne auf meinem Server sehen wollt. Und dann ist es auch bald schon wieder Zeit, aber erst in 4 Minuten. Also kann er doch kurz. Wo muss ich denn mal lang? Da, glaub ich. Nein! Ich muss denn kurz rein, was? Ich muss denn kurz rein, was? Ich muss denn kurz rein, was? So, ja, langweilig, ne? Ich hab keine Ahnung, was ich machen soll. Vielleicht noch einen zweiten Stand bauen. Ich will mir mal Tränke brauchen. Ich muss das noch ein bisschen. Ich muss das noch ein bisschen Café nehmen. Immer den Kalken. Ah, das ist doch langweilig. Was wollte ich jetzt suchen? Ach so, solche Tränke. Ah, die Tränke habe ich doch. Da, trank der, ich habe auch noch Tränke, stimmt. Trank der Nachtsicht, Trank der Geschwindigkeit, Trank der Geschwindigkeit, Trank der Stärke habe ich zweimal. Und Trank der Nachtsicht. Und wieso habe ich Trank der Nachtsicht noch einmal? Nein. Nein. Ich will mal versuchen, mir die Golfdriftung anzuziehen. Ich weiß noch nicht, wie das geht. Ich bin nicht so schlau wie alle anderen. Ich bin viel dämmer. Leleon hat es irgendwie so gemacht, aber es funktioniert bei mir nicht. Ah, so glaube ich, oder? Nein, gibt es auch nicht. Ah, es ist wahr. Wer hat den Spieler ein Tragen von Rüstungspunkte? Ja, super, wie kann ich es tragen? Mann. Also, falls es jemand weiß, bitte in die Comis schreiben, weil ich weiß nicht, wie es geht. Voll der Scheiß. Na ja, auf jeden Fall habe ich voll die volle Truhe. Und ja, jetzt ist es auch wieder Zeit, um aufzuhören. Also, ich mache jetzt danach keine Lesbien-Meycraft-Folge mehr, weil ich nicht weiß, was ich dann da machen soll. Ja. Und dann mache ich jetzt noch ein Video von Trisby Drivers. Das gibt es dann auch auf meinem Server zu sehen. Ja. Und dann sage ich einfach mal Tschüss, bis gleich, wenn ihr das andere Video auch anschaut.